Was ist die Neolithisierung des Karpatenbeckens? Grüß Sie meine Damen und Herren! Heute setze ich fort die Neolithisierung des Karpatenbeckens. Und es geht um eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, warum das Neolithikum beim Prozess seiner Ausbreitung aus dem Nahen Osten nach Mitteleuropa innerhalb des Karpatenbeckens für ganze 500 Jahre zum Stehen kommt. Da tut sich rein gar nichts. Und deswegen ist da überlegt worden von den ungarischen Kollegen, was das damit auf sich haben könnte. Und ich stelle Ihnen ein ganz wichtiges Konzept vor, was verbunden wird mit der sogenannten zentraleuropäisch-balkanischen agroökologischen Barriere. Wenn wir das dann behandelt haben, stelle ich Ihnen exemplarisch ein paar Fundplätze vor im Karpatenbecken, die auch verbunden sind mit der Arbeit hier unserer Uni Tübingen. Viele Studierende haben da mitgearbeitet in den letzten Jahren, so ungefähr seit 2009, 2010. Und schließlich, wenn wir uns beschäftigen wollen mit der Neolithisierung im folgenden Mitteleuropas, sollten wir wissen, in welche eine Umwelt, in welche ein kulturelles Umfeld kommen diese frühen Ackerbauern und Viehzüchter. Und deswegen wird es heute um die Frage gehen, wie sieht es mit der spätesten mesolithischen Besiedlung in Mitteleuropa aus. Legen wir los. Wie gewohnt ein paar Folien zur Wiederholung. In der letzten Sitzung hatte ich Ihnen vorgestellt den Ostbalkanraum. Hier vor allen Dingen ein paar Plätze in Nordbulgarien, die in die Zeit vor Karanovo I gehören. Exemplarisch hier der Platz Jullunica. Wir haben gesehen, dieses erste Schichtpaket gehört in die Zeit vor Karanovo in Trakien. Wir haben überwiegend Monochromkeramik, wenige Fragmente mit dunkler Bemalung und in Pasto-Keramik ein wenig figurale Plastiken. Hier nochmal zusammengestellt das Ganze, dann die Karanovo-Sequenz, die auch im Hügel von Aschaipina in Türkisch-Trakien auftaucht. Hier von 6 bis 2 durchnummeriert die Schichten von oben nach unten. Anders in Karanovo, da hat man erst den Hügel ausgegraben und dann eine Nummerierung vergeben. Wir sehen hier den klassischen Horizont der weiß auf rot bemalten Keramik. Tulpenbecher sind die Leibformen. Hier C14-Daten, wie wir sehen, ist 5800 bis etwa 5500 Tulpenbecher. Und an Architekturen haben wir so aneinandergebaute Reihenhäuser. Karanovo III, dann der Übergang zum sogenannten Mittelneolithikum. Plastische Verzierungen, Kanellurkeramik. Erste Knickwandschalen, das sind diese Formen hier. Und wir haben in Aschaipina freistehende, einräumige Bauten. Dann die jüngere Schicht noch, Karanovo III, parallelisiert mit Aschaipina IV, die Zeit 5300 bis 5050 etwa. Weiterhin plastische Verzierungen und kanellierte Keramik. Hier Beispiele dafür. Knickwandschalen sind nach wie vor typisch. Und freistehende Bauten, die dann teilweise solche im Vorraum aufweisen können. Dann schließlich das Spätneolithikum in balkanischer Terminologie Aschaipina III oder Karanovo IV. Die Zeit etwa um 5000 kalibriert vor unserer Zeit. Kanellurkeramik und Ritzungen nach dem Brand. Sogenannte Top-DP-Keramik ist da signifikant. Hier am Beispiel dieser Formen mit so einer fallenden Schulter, konischem Unterteil, zylindrischer Hals und hier dann diese Ritzungen nach dem Brand. Freistehende Langhäuser sind dafür charakteristisch. Und dann schließlich der Karanovo V-Horizont, der in der balkanischen Terminologie schon als frühe Kupferzeit gilt. Das ist die Zeit von 4900 bis 4800 etwa. Kanellurkeramik, Ritzungen nach dem Brand. Besagte Top-DP-Keramik läuft durch und Politurmuster. Top-DP-Krüge stehen hier und ritzverzierte Schalen. Hier Beispiele dafür. Und weiterhin haben wir, zumindest am Hügel von Aschaipina, es zu tun mit freistehenden Langhäusern. Hier nun Bilder vom Hügel in Karanovo. Diese veröffentlichten, sehr, sehr schönen Hausgrundrisse. Immer mit so einer Herdplattform. Nicht, wo wir denken, dass es so Pfosten-Flechtwerk-Bauten waren, die so mit Lehmbewurf funktionierten. Hier einer von diesen publizierten Grundrissen sind doch kritisch zu hinterfragen, wenn man sich diese Aufnahmen hier von vor Ort anschaut, wo alles doch ein bisschen komplizierter ist. Weil einfach auf so einem Tell immer wieder gebaut wird und die jüngeren Bauten dann tatsächlich die älteren durchstoßen. Sehr schön ausgegraben und so ein bisschen exemplarisch auch für seine Umgrenzung hier. Dieser Platz in Jaborkovo in Süd-Bulgarien in der thrakischen Ebene. Wo wir hier sehen, dass wir es so mit einer dreifachen Einfriedung noch zu tun haben, solche Gräben. Und im Inneren, das ist nun wiederum ein Bild aus Aschaipina, hier mal so ein wunderbar erhaltenes Haus. Dadurch erhalten, weil es abgebrannt ist mit so Inneneinrichtungen. Und hier sehen wir tatsächlich so eine Pfosten-Flechtwerk-Lehmbewurfwand noch in situ. Genau, hier also ein Grundriss, wo wir sehen nun hier in diesem Sechser-Horizont sind die Häuser tatsächlich sehr, sehr eng aneinander gebaut. Dann habe ich ausgegriffen ins Nordpontikum, also diese Region nördlich des Schwarzen Meeres. Und wir haben gesehen, auch dort tritt dann Keramik auf. Je näher wir Südosteuropa sind, desto mehr Formen weisen hier Standböden auf. Erinnern so ein bisschen an diese Kriechkeramik. Und ansonsten, wenn es weiter weg geht, wird die spitz- oder rundbodig. Ich hatte sie aber darauf hingewiesen, dass es von der Ökonomie her dann doch ein bisschen anders aussieht. Denn wir haben sehr viel Jagdwild und es gibt ein paar Rinder, von denen aber nicht ganz klar ist, ob es sich nicht doch um Auerochsen handelt. Da haben wir immer ein bisschen Probleme, wenn wir nur die Knochen haben, dass man das an denen erkennt. Es könnte sich um weibliche Tiere beispielsweise handeln, die dann doch ein bisschen kleiner ausfallen. Diese Information verdanke ich Norbert Benecke, der das hier immer sehr, sehr skeptisch beäugt hat. Genauso mit den Wildschweinen, die sich hier kaum unterscheiden lassen von den domestizierten. Auffällig ist in jedem Fall, dass Schafe und Ziege vollständig fehlen im Nordpontikum. Insofern hatte ich Ihnen hier ein Bild entworfen. Im Vergleich mal in Anatolien geht es sehr, sehr früh los. In Nordwestanatolien mit der Neuritisierung vor 7000. Wir haben diese radial angelegten Hauszeilen. Gepflasterte Gräben innerhalb der Siedlung. Eigene Traditionen mit Bezügen nach Zentral- und Westanatolien. Aber ganz klar auf ökonomischer Ebene überwiegend domestizierte Tiere. Kaum Jagd und natürlich Kulturpflanzen. Wir sprechen hier von einem vollständigen Neolithischen Bündel. Im Ostbalkanraum sieht es ganz ähnlich aus. Allerdings beginnt hier der Neuritisierungsprozess erst nach dem 8.2-Ereignis. Also deutlich nach 6200. Sicher nach 6000. Wir haben auch hier dicht aneinander gebaute Hauszeilen. Aber in Pfostenbauweise. Es gibt auch Gräben hin und wieder. Und vor allen Dingen das Phänomen der Tell-Siedlungen beginnt hier. Also dass man die Schichten der Siedlungen übereinander anlegt. Und sozusagen eine vertikale Siedlungsentwicklung sich ergibt. Die Gefäßkeramik im Ostbalkanraum ist sicherlich noch inspiriert aus Nordwestanatolien. Aber spätestens dann mit Caranovo I so nach 5900, 5800 beginnt hier eine eigene Tradition. Die dann zunächst mal bemalt keramisch ist. Vor allem weiß auf rot. Und schließlich dann plastische Verzierungen zeigt. Auch hier haben wir es überwiegend mit domestizierten Tieren zu tun. Die Jagd spielt so gut wie keine Rolle. Und Kulturpflanzen. Auch hier würde ich sagen, handelt es sich um ein vollständiges Neolithisches Bündel. Anders sieht es aus im Nordpontikum. Dort haben wir sichere Daten erst ab 5800. So ab diesem Horizont der Übergang von Caranovo I zu II. Es gibt sicherlich Flachsiedlungen entlang der Flüsse, die aber selten Ortskonstanz aufweisen. Und wir haben dort auch das Phänomen, dass sich diese Siedlungen gar nicht so in die Höhe entwickeln, sondern viel mehr in der Fläche ausbreiten. Auch häufige Positionswechsel sind sehr, sehr typisch. Wir haben Bezüge zum Ostbalkanraum, die erkennbar sind. Sie erinnern sich an diesen Vergleich mit Ofchadovo Gorata. Und deutliche Unterschiede zeigen sich hier aber in der Ökonomie. Wir haben eine Präferenz der Jagd. Es ist überhaupt fraglich, ob domestizierte Tiere dort überhaupt auftauchen. Und der Fischfang spielt eine große Rolle. Deswegen auch dieser Bezug der Siedlungen zu den Flüssen. Auf der Ebene der Pflanzen sieht es nicht anders aus. Wir haben sporadisch auftretende Getreidekörner, vor allem in der Keramik. Es gibt so ein paar Fundplätze in der Ukraine, wo das beobachtet wurde. Aber es handelt sich ansonsten um eine überwiegende Sammelwirtschaft. Insofern würde ich hier auch von einem reduzierten Neolithischen Bündel sprechen. Hier nochmal eine Zusammenfassung. Vielleicht gehen wir auch hier auf die Folie. Ich versuche mal meinen Zeiger hier zu animieren. Wir haben hier diesen Bereich der Karanovo-Gruppe, benannt nach diesem Fundplatz in Thrakien. Das Struma-Neolithikum hatte ich Ihnen vorgestellt. Das makedonische Neolithikum Thessalien, Westanatolien und auch diese Zone hier rund um das Marmara-Meer. Starchevo ist das, was hier so die Zone des Eisernen Tores dominiert und dann so ein bisschen nach Nord- und West-Bulgarien reinreicht. Und dann vor allen Dingen hier Zentral-Serbien und das südliche Banat betrifft. Davon abzugrenzen dann die Griech-Kultur, die hier einen fließenden Übergang zeigt zur Körrisch-Gruppe. Ja, benannt ist die Gruppe hier nach diesem Fluss, Kreich, Körrisch, Griech. Da die wichtigste Literatur noch einmal. Ida Bogna-Kutzian hatte hier zunächst auf Ungarisch und dann in englischer Übersetzung die Kultur eingeführt. Iogen Komscher dann für den Bereich Rumänien den gleichen Namen des Flusses nutzend hier als Griech-Kultur. Dann schließlich Nikolai Vlasa für Transsilvanien, also diese Zone hier. Und schließlich Lazarovic, der hier für Spannard das Früheniolitikum behandelt und spricht hier von der Starchevo-Kriech-Kultur. Und schließlich als letztes der Versuch hier eine Prä-Kriech-Kultur zu definieren von Julio Powell. Das Ganze hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Wir sprechen zwar von Proto-Starchevo und vor Karanovo. Auch Proto-Sesklo ist nach wie vor im Gebrauch. Aber die Prä-Kriech-Kultur ist im Prinzip aus dem Sprachgebrauch archäologisch verschwunden. Ein wichtigster Fundplatz für die Griech-Kultur in Transsilvanien ist hier bei Kluge, Klausenburg auf Deutsch, Gura Bacului. Und auch hier sehen Sie diese rotgrundige Keramik, roter Schlickerüberzug, dann mit weißer Bemalung. Das ist etwas ganz, ganz Typisches für diese Zeit. Und das war meine Schlussfolie aus der letzten Sitzung, die so ein bisschen versucht zu kontextualisieren. Hier nun diese Skulpturen von Lepenskivir. Ja, dieses bislang immer so als Einzelfänomen angesehene Phänomen dieser Großplastik, die sehr, sehr schön ausgearbeitet ist. Mitunter so Motive auch aus dem Neolithikum aufnimmt, aber ansonsten in einem Milieu auftritt, wo noch vollständig die Jäger und Sammler dominieren. Und vor allem der Fischfang in dieser Zone des Eisernen Tores. Und hatte Ihnen hier Beispiele gezeigt aus Jabulkuwo und eben von der Gura Bacului, da bei Kluge mitten im Karpatenbecken. Wo nun ähnliches in funerären Zusammenhängen, also Bestattungszusammenhängen, auch mal solche großen Steine auftreten. Wenn gleich die natürlich nicht so toll dekoriert sind, wie die spektakulären Funde vom Eisernen Tor. Kommen wir nun zu den Inhalten der heutigen Sitzung. Und da ist es Zeit, ein bisschen mal zusammenzufassen, was wir bisher gehört haben hier für den Balkanraum. Wenn wir uns nun hier intensiver weiter mit dem Karpatenbecken beschäftigen, da zeige ich Ihnen hier zunächst mal eine Karte, auf die wir vielleicht gleich mal raufgehen, damit man es besser lesen kann. Wir sehen hier mal in Grüntönen mit Abstufung, so von dunkelgrün bis ganz lindgrün, fast weiß, das Auftreten von verschiedenen Getreiden. Und zwar Getreide meint hier tatsächlich diese frühen Emma und Einkorn oder Dinkel mit ihrem C14-Datum. Das Ganze habe ich in einem GIS angefertigt, hier mit großer Unterstützung durch Lennart Brandstetter. Und das visualisiert so ein bisschen mal diesen zeitlichen Gradienten. Also besonders dunkle Töne sind ein frühes Auftreten hier in der Gegend von Thessaloniki. Also in Griechisch-Makedonien sehen wir hier 6.236. Das ist so ein Mittelwert mal für das erste Auftreten von diesen kultivierten Getreiden. Hier im südlichen Stromatal auch ein sehr früher Wert vor 6.600, 6.123. Und dann im Prinzip, und das ist das Spannende, sehen wir, dass sich dieser Neolithisierungsprozess über diese frühen Nachweise auch von Getreiden hier nachvollziehen lässt. Wir sehen hier, wie es sich hier an dem Balkanraum ausbreitet nach 6.000, also nach dem 8.2-Ereignis. Und dann aber, und das ist das Bemerkenswerte, sehr, sehr schnell auch das Innere des Karpatenbeckens erreicht. Hier ein Fundplatz im Einzugsgebiet des Flusses Old. Das ist dieser Fluss, der hier der Donau von Norden entgegenfließt. Und da sehen wir einen Wert 5.994, also ganz knapp nach der 5.000er Linie. Das ist natürlich C14-Datum, hier auch nur kalibriert und davon der Mittelwert gebildet. Also es kann durchaus sein, dass es auch die letzten Jahrzehnte noch des siebten Jahrtausends betrifft. Oder ein Tick jünger ist, also so plus minus 50 Jahre sollte man da schon veranschlagen. Aber wir sehen hier auch relativ weit nördlich vorgerückt hier im Einzugsgebiet der Thais ein Wert, auch schon um 5.800 ein Auftreten von diesem Getreide. Ganz ähnlich lässt sich die Neurotisierung hier nachvollziehen über diese frühen, ja, domestizierten Tierarten. Ich zeige Ihnen hier die Bezoarziege, aus der unsere heutige Hausziege kultiviert wurde und das Ovisamon, also diese Schafsorte, die nur in ihrer wilden Ausprägung im Gebiet des vorderen Orients vorkommt. Und beide Tierarten hier in Abbildung aus Brems Tierleben, weil es so wunderschön illustriert ist, tauchen nun auch auf hier in Südosteuropa. Und bei denen ist ja noch einmal mehr klar, dass die auch nicht hier lokal domestiziert worden sein können. Und ganz interessant haben wir einen sehr, sehr frühen Wert in Thessalien, der hier bereits um 7.000 liegt, ja. Und sehr interessant hier diese maritimen Netzwerke, da sehen wir nun auch hier, dass bereits in einer Zeit hier am Übergang vom 7. zum 6. Jahrtausend hier Schaf und Ziege regelmäßig auftreten. Noch spannender ist aber, dass hier am Zusammenfluss dieser großen europäischen Flüsse, also Donau, Thais, Save, südliche Morava, hier an verschiedenen Plätzen bereits vor der 6.000er Marke Schafziege, Knochen auftauchen, die nun hier kalibriert diese Werte liefern. Also auch wenn wir jetzt hier mit einigen Ausreißern vielleicht rechnen können, zeigt das doch, dass der Neolitisierungsprozess nach diesem 8.2-Ereignis, was ja so langsam abklingt hier, nach 6.200 Auslaufen der Hudson Bay mit diesem großen Peak, dann doch relativ zügig diese Region erreicht. Mehr noch, hier auch in Nordburgerheim ist davon betroffen und der südliche Teil hier, der Balkanhalbinsel, diese Landschaft Trakien, südlich des Schwarzen Meeres, da tauchen nun diese Daten etwas später auf. Sie sind auch später tatsächlich als das früheste Auftreten hier von Hausschaf und Hausziege im Karpatenbecken hier, dieser etwas dunkelrotere Punkt, ich habe Ihnen die Zahl hier drüber geschrieben, 5.963, relativ früh, knapp nach der 6.000er Marke, tauchen nun hier Schaf und Ziege auch im Karpatenbecken auf. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass wir über C14-Daten direkt an den kultivierten Pflanzen und den domestizierten Haustieren den Neolitisierungsprozess hier mittlerweile nachvollziehen können. Und da sehen wir auch, diese Ausbreitung erfolgt hier über diese nord-süd orientierten Flussläufe, relativ schnell wird hier das Karpatenbecken erreicht und hier links und rechts dieser sogenannten, ja von mir mal so bezeichneten Autobahn, sehen wir hier in diesen Nebenstraßen doch eine etwas zeitverzögerte Entwicklung. Wir werden darauf nochmal später zurückkommen. Entsprechend hier mal eine Visualisierung des Neolitisierungsprozesses innerhalb dieser Zone, die wir ja kennengelernt haben als submediterran-ägäische Vegetationszone, vor allem durch bestimmte Waldarten hier charakterisiert entlang dieser Flüsse, Axios, Varda, dann Struma und Mäster oder Nestos auf Griechisch, hier diese ganze nördliche Ägäis betreffend, nicht eine Ausbreitung noch innerhalb des 8.2-Ereignisses und danach platzt diese Blase auf und es entwickelt sich hier zunächst mal Protostace, wo Ansarbegovo-Vrischnik, könnte schon ein Tick früher sein, und dann diese Karanovo-Gruppe hier im Ostbalkanraum, Griechisch und Körrisch. Dann aber sehen wir hier eine Linie eingezeichnet und die ist ganz bedeutsam, die werde ich Ihnen im Folgenden erklären. CEB, AEB steht da, das ist diese zentraleuropäisch-balkanische, dafür steht CEB, zentraleuropäisch-balkanische und dann AEB steht für agroökologische Barriere. Und das ist eben diese Linie, an der der Neolithisierungsprozess etwa um 5.500 für, also bis 5.500, nachdem er sich hier ausgebreitet hat, also ab 6.000 so ungefähr, bis 5.500 wird diese Linie nicht überschritten. Genau südlich dieser Linie liegt aber noch eine Landschaft, die wir noch mit allen Kriterien, die wir so anlegen können, also Bodenqualität, Klimafaktoren vor allen Dingen zum Balkanraum hinzuzählen können. Es handelt sich um das sogenannte Banat. Es ist ein historischer Begriff, der eine Landschaft beschreibt, die hier von Flüssen eingerahmt wird. Im Süden ist es die Donau, im Westen wäre das der Fluss Thais und im Norden die Marosch oder Murisch auf Rumänisch. Und diese Landschaft nun ist heutzutage aufgeteilt auf drei Länder, nämlich der größte Teil gehört zu Rumänien. Der westliche Teil ist früher Jugoslawien gewesen, heutzutage Serbien. Und ein ganz, ganz kleiner Teil hier im Mündungsgebiet der Marosch in die Thais bei Seget gehört auch noch zu Ungarn. Und da schauen wir eben mal rein, wie nun dieses Neolithikum hier im nördlichsten Zipfel seiner frühsten Ausbreitung hier auf dem europäischen Festland sich darstellt. Sehen hier große Flüsse, zum einen die Belga und die Temesch oder Timisch, die hier bei Timisch-Huara langfließt, der Stadt den Namen gegeben hat. Und hier irgendwo auch kurz vor Belgrad in die Thais mündet, die dann schließlich in die Donau fließt. Und hier im Hinterland von Segedin, Seget und San Nicolaumare oder Nordsch-Saint-Miklosch weitere Fundplätze hier entlang des Marosch- oder Murisch-Flusses. Alles, was Sie hier sehen, kartiert ist im Prinzip frühneolithische Besiedlung. Ja, diese Landschaft hat sich dramatisch verändert in den letzten Jahren und zwar letzte Jahre, meinst du die letzten 200, 300 Jahre. Denn diese Landschaft stand am ausgehenden Mittelalter und am Beginn der frühen Neuzeit unter wechselseitiger Herrschaft. Zunächst lokale Fürsten, vor allem ungarische Herrscher waren hier prägend für diese alte Kulturlandschaft. Dann ist im Zuge der Expansion des Osmanischen Reiches das dann auch unter türkische Kontrolle gekommen. Die Osmanen sind ja bekanntermaßen bis Wien vorgerückt, haben die Stadt zweimal belagert. Und am Ende des 17. Jahrhunderts dann gelang es, die Osmanen zurückzudrängen und diese Gebiete gerieten unter österreichische Herrschaft. Und im Rahmen dieser Neubesiedlung durch europäische Kolonisten, also die Österreicher haben da Bevölkerung eingeladen, aus ganz Europa sich hier anzusiedeln, erfolgten auch sehr, sehr genaue Kartierungen dieser Landschaft. Aufgrund dieser historischen Kartierungen wissen wir einiges über den Landschaftswandel, der seit dieser Zeit eben erfolgte. Wir sehen hier mal eine Karte, es handelt sich um eine Militärkarte von zwei Brüdern belgischer Herkunft aus dem Jahre 1740. Die Ottensche Militärkarte und was wir dort sehen, ist hochinteressant. Wir haben hier den Thais-Fluss, hier unten die Donau, hier ist Saget eingezeichnet. Und wir sehen hier die Marosch oder Muresch, wie sie hier bei Saget in die Thais einmündet. Aber noch mehr, wenn wir jetzt mal auf die Karte schauen, da sehen wir dann, dass der Fluss in dieser Zeit, also in der Mitte des 18. Jahrhunderts, nicht in einem Arm hier der Thais entgegenfloss, sondern hier so eine Art Mündungsdelta ausbildete. Zwischen diesen einzelnen Flussarmen hier liegt Nordsch-Saint-Miklosch, Groß-Saint-Nikolaus oder San-Nikolaumare in den verschiedenen Sprachen, die hier gesprochen werden, also Deutsch, Rumänisch und Ungarisch. Hochinteressant sehen wir hier mit so einer gestrichelten Signatur angedeutet, dass es hier riesige Schwemmgebiete gab, die nun so, muss man sich so vorstellen, wenn nun der Schnee schmolz in den Alpen und in den Karpaten im Frühjahr regelmäßig diese Landschaft unter Wasser setzte. Und dazwischen sehen wir nun große Flächen, die offenbar auch damals schon trocken waren. Man kriegt einen Eindruck davon, wenn man sich hier mal Bilder anschaut, das ist hier nun 2006 gewesen, da ist so ein Deich gebrochen entlang der Thais und diese ganze Landschaft stand unter Wasser. Dann sehen Sie hier mal so ein Dorf Foyen, wo tatsächlich nur noch so die Häuser rausgucken und höhere Bäume und ansonsten hier eine riesige Seenlandschaft sich auftat. Also das ist so dieser Zustand gewesen, bevor die Österreicher hergegangen sind und dieses Land dann eingedämmt haben, indem sie da große Deiche gebaut haben entlang dieser Flüsse, um eben solche Ereignisse hier zu verhindern. Das Ganze hat natürlich auch Vorteile, denn wenn dieses Land immer wieder überflutet wird, führt das dazu, dass sich hier natürlich Nährstoffe anreichern können und wir eine sehr fruchtbare Bodenfruchtbarkeit haben. Eine hohe Bodenfruchtbarkeit, die natürlich sich dann hervorragend eignet für diese landwirtschaftliche Ökonomie, gerade den Anbau von Gräsern. Also Vor- und Nachteile der Besiedlung werden hier offensichtlich auch in so einer Landschaft, wo man mal so Trockengebiete hat und dann wiederum so feucht senken. Das Ganze bietet natürlich auch große Vorteile dadurch, dass man hier aquatische Ressourcen nutzen könnte. Ich komme gleich darauf zu sprechen, denn in diesen Flüssen lebten damals heute zum Teil noch. Durch die Eindeichung der Flüsse hat sich auch da ziemlich viel verändert, aber man konnte hier sehr, sehr gut im Fischfang betreiben. Schauen wir uns mal das andere Extrem an. Hier mal ein Trockenereignis. Das war nun das Jahr, weiß gar nicht genau, 2010, 11 oder so. Vielleicht war es auch schon 13. wo nun hier mal die Temesch oder Timisch bei so einem Dorf in der Nähe von Timischwara beinahe vollständig ausgetrocknet ist. Und da sehen wir nun hier dieses Flussbett vollständig trockenliegend. Wir erkennen gleich eine weitere Besonderheit. Normalerweise haben wir ja so eine Art Schotter im Flussbett, aber diese Flüsse hier fließen sehr, sehr langsam durch diese Lösebene und dadurch haben wir hier auch so gut wie keine Sande und auch noch nicht mal größere Steine, sondern auch der Grund des Flusses ist so schlammig eher und wenn es dann eine Weile trocken steht, wird das dann auch sehr, sehr rissig. Also wir sehen hier diesen restlichen Fluss im Hintergrund. Hier hinten baden so ein paar Leute. Mich und Kollege Dan Chopotaru vom Museum des Banas rief mich dann daher, waren noch andere Kollegen da, hier Radu Stoyer, und da haben wir dann so improvisierte Unterwasserarchäologie gemacht, denn hier tauchte tatsächlich ein Brunnen auf, eine Brunnenfassung mitten in diesem Restfluss hier und in diesem Brunnen steckten drin ganze Gefäße von Krisch-Keramik, sodass klar war, es handelt sich hier um eine Brunnenfassung, die in die Zeit des frühen Neolithikums in dieser Region gehört. Also zweierlei sieht man hier zum einen diesen Wandel des Naturraumes, also krasse Überschwemmungen und dann auch immer wieder Trockenphasen, auch eine starke Veränderung dieser Gewässer, denn dieser Fluss, dieser Brunnen ist ja nicht in den Fluss gebaut worden, sondern war damals auf dem Trockenen, wahrscheinlich in der Nähe dieses Gewässers und der Fluss wandert sozusagen von seiner Richtung her durchs Gelände. Die Geomorphologen der Universität in Seget, die ungarischen Kollegen, haben rekonstruiert, dass die meisten von diesen Altläufen sich sukzessive so im Laufe des Holocäens immer weiter nach Norden bewegen. Und da haben wir eben diese Situation, dass unsere Siedlungen, die wir suchen, lagen an irgendwelchen Flussläufen, die ihren Lauf verändert haben und hin und wieder, wenn man Pech hat, geht so ein Fluss auch mal drüber über so eine Besiedlung und setzt diese Sachen hier unter Wasser. Vorteil ist, wir haben eine gute Erhaltung, beispielsweise dieser Holzkasten, ein ausgehöhlter Eichenstamm wäre nicht erhalten geblieben, wenn nicht der Fluss drüber gegangen wäre. Ja, in genau so einer Landschaft hier am nördlichen Rand des Banhards betreiben wir nun hier archäologische Forschungen, schon sehr, sehr lange, seit dem Jahr 2009. Wir sehen hier einen Nebenfluss, der Temes, die sogenannte Aranka, die heißt auf der serbischen Seite San Slatica, fließt hier durch ein Dorf, Alt-Bechenova auf Deutsch, also Schwäbisch. Orbechenjö ist der alte ungarische Name. Und dann irgendwann in sozialistischer Zeit ist dieser Ort umbenannt worden, in Dudeschdiwek. Aber in der lokalen slavischen Sprache wird er noch als Star-Bechenova, und da ist eben dieses Beschenova noch drin, geführt. Im Umfeld dieses Ortes nun hier, wir sehen hier, dieses hochdynamische Gewässersystem zeichnet sich hier noch ab, in solchen, ja, Alt-Armen, die hier teilweise abgeschnitten sind, zu Fischteilchen umgeformt wurden. Eine Siedlungslandschaft ab, die sehr, sehr dicht ist und sich offenbar auf dieses Gewässer bezog. Und ich möchte Ihnen hier verschiedene Plätze vorstellen. Zunächst mal hier die Flur Bukovapusta, dort vor allem den Hügel Nummer 4, dann vielleicht einen kurzen Ausblick hier auf Kaltschow 1, ich weiß gar nicht, ob ich da Bilder habe, eine weitere früheniolytische Siedlung und dann schließlich unser neuster Platz, den wir hier nun seit 2018 graben, die Movila Lujdetschow, genau nördlich dieses Ortes. Ja, Bukovapusta 4, also in der Nummerierung, die geht zurück auf einen ungarischen, privat gelehrten Amateurarchäologe, kann man auch sagen, der nun hier kurz nach 1900 archäologisch tätig wurde und diese ganzen Hügelerhebungen, vor allem Grabhügel waren das in der Region, durchnummeriert hat. Und am Platz Nummer 4, von dem wir jetzt wissen, dass es sich um einen Hügel der Kupferzeit handelt, also die Zeit, die wir noch später hier im Laufe des Neolitikums behandeln werden, darauf geht nun diese Flurbezeichnung zurück. Was wir jetzt sehen im Google-Bild ist hier so ein Altmeander eines Flussarmes der Aranka, die wir nun auch hier mit einer Bohrsondage durchschnitten haben, weil wir einfach die Historie dieses Gewässers erst mal verstehen mussten, um zu sehen, wie sich diese Landschaft hier im Laufe der Zeiten verändert. Das hier ist nun das Gebiet oder Areal unserer frühen neolitischen Siedlung, die wir dann hier mit verschiedenen Sondagen überzogen haben in all den Jahren. Es fing hier an ganz im Norden, Schnitt A, B, C, D, E und dann geht es hier durch bis S schließlich. Natürlich, wie man das so macht, stellt man zunächst mal eine Geomagnetik an. Wir sehen hier diesen Hügel, der nun namensgebend war für die ganze Flur. Und wir sehen hier auch, ja, so, wenn man so wie Schatten von dieser Altgrabung, von diesem ungarischen Privatgelehrten. Aber diese dunklen Spots hier, diese, 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 das ist alles hier frühen neolitische Restbesiedlung. Das hier sind die Spuren von Metallschrott entlang der heutigen Feldwege. Die sollen uns erst mal nicht so weit interessieren. Genau, und auf diese, ja, dunklen Schatten in der Geomagnetik haben wir nun Grabungsschnitte draufgelegt. Und jetzt sehen wir auch, warum die so schön sich abzeichnen in der Geomagnetik. Weil die sind verfüllt mit Siedlungsabfall. Teilweise gebrannter Lehm von den Häusern. Aber dann auch hier und hier sehr, sehr viel Keramik. Und das ist ja das, was wir suchen. Denn der Beginn der Säßhaftigkeit geht hier einher mit der Entwicklung der Töpferei. Und da haben wir nun hier frühen neolitische Keramik, die hier relevant ist. Genau, wir sehen hier, dass an diesem Ort auch tatsächlich Keramik gefertigt wurde. Denn wir haben ja mal so ein Vierfußgefäß. Was tatsächlich in Fehlbrand darstellt, das ist so beim Brand verdrückt worden. So ganz asymmetrisch, ich zeige Ihnen nur die Seitenansicht. Und da einmal eine Fotografie. Und dann weitere Scherben. Hier mal ein weiteres Vierfußgefäß von unten fotografiert. So eine Scherbe von einem großen Vorratsgefäß mit so einem gedellten Randbuckelchen hier. Und so eine Ritzverziehung. Und dann so ein sogenanntes Brotleibidol. Was ganz spannend ist, weil es so artifiziell hier in Teile gebrochen wurde, die wir dann aneinander passen konnten. Genau. Dann haben wir diesen Befund vollständig entleert. Also das, was Sie jetzt gesehen haben, diese Funde stammen aus diesem Befund, den Sie vorher noch verfüllt gesehen haben. Und da nun ergab sich eine Struktur, die ganz interessant aussieht. Sie ist relativ klein. Das hier ist so ein Metermaßstab. Da sehen Sie mal hier, das ist so ungefähr ein Meter. Also nicht besonders groß. Von der Länge her so etwa drei, dreieinhalb Meter. Von der Breite her vielleicht knapp zwei. Und da sehen wir hier in der Mitte, so stufig kommt man da runter. Und dann ist hier so links und rechts Lehm abgearbeitet worden. Und wir stellen uns das so vor, dass man da runter geht in diesen Befund. Also man gräbt sozusagen, braucht diesen Ton. Der dient ja gleichzeitig dazu, dass man, wenn man dann so seine Pfosten hat und sein Flechtwerk, dass man dann mit diesem Lehmbewurf sein Haus befestigt. Leider Gottes ist es so, dass wir hier die eigentlichen Häuser nicht antreffen konnten. Die sind offenbar so ebenerdig errichtet worden, ohne dass man irgendwie in den Boden, Verzeihung, eingreift. Aber wir haben diese Lehmentnahmegruben, die wahrscheinlich neben den Häusern bestanden haben. Und man muss sich das so vorstellen, man schreitet jetzt hier runter und baut hier immer Lehm ab. Und dann geht man so links und rechts rein. Und dadurch ergibt sich dann wahrscheinlich diese, ja, ich sag mal, nierenartige Struktur von diesen Aushublöchern. Man macht das Ganze ganz effizient. Können Sie sich vorstellen, das ist so ein ganz lehmiger, bindiger Boden. Wenn das austrocknet, wird das Knochen hart und lässt sich schwer graben. Und die Menschen waren damals wie heute ja sehr pragmatisch und haben das dann einfach so untergraben in diese Zone rein, wo im Prinzip die Sonne noch nicht hingekommen ist, weil man da weichen Lehm rausholen kann. Sodass dann tatsächlich so etwas entsteht hier, wenn man das dann im Negativ ausgräbt, wie so eine unterhöhlte Struktur. Das ist im Prinzip dieser normale Zustand. Nachdem das Ding dann entleert war, man keinen weiteren Lehm entnommen hat, fand sich nun hier am Grunde dieses Befund ist etwas sehr Interessantes. Sie sehen es hier mal so in situ, wie wir es dann im Blog geborgen haben. Das ist ein Hornzapfen von einem sehr, sehr großen Rind, von dem wir ausgehen, beziehungsweise unsere Zoologin Bea de Kuppere vom Naturhistorischen Museum in Brüssel, dass es sich hier um ein wildes Tier handelt. Also rekonstruieren wir so, es wurde dort Lehm entnommen für den Bau von Häusern. Es handelt sich um eine Siedlung. Dann wurde am Ende wahrscheinlich so ein Auerochse hier geschlachtet und dann ein Teil von seinem Haupt, was sehr signifikant war mit diesem Horn, wahrscheinlich war das ganze Gehirn noch dran, wurde hier deponiert. Durch Auswaschungsprozesse und biologische Prozesse ist das Ganze dann vergangen, sodass jetzt im Prinzip nur noch der Hornzapfen hier unten übrig war. Und dann im weiteren Verlauf wurde diese Grube einfach sehr ungezielt verfüllt, sodass wir dann eine Ansammlung von verschiedenen Siedlungsabfällen in dieser Grube haben, die sich dann so darstellten, wie Sie es vorhin gesehen haben. Dass das Ganze tatsächlich so funktioniert hat, zeigt ein weiterer Befund, der ganz ähnlich aussieht aus einer anderen Region. Das ist jetzt ein paar Kilometer weiter nördlich. Marosch-Lelepana liegt bereits auf ungarischer Seite, ist beim Bau der Autobahn A9 hier ausgegraben worden. Und da haben wir einen ganz ähnlichen Befund. Sieht genauso aus. Also hier haben wir diese treppenartige Struktur, die hier runterfällt in diese Grube. Da haben wir so links und rechts den Wehm entnommen, kommt hier auch so in diese negative hinein. Also ich will das jetzt gar nicht als so bewusstes Feature deuten, sondern es ist einfach diese natürliche Struktur, die entsteht, wenn man so ganz sukzessive im Prinzip diesen Lehm abgräbt. Also man gräbt sich runter und dann so links und rechts und lässt das Ganze offen liegen. Aber interessant ist, dass hier genau das Gleiche passierte wie in Bukovapusta 4. Auch hier ist tatsächlich am Ende dieses Vorganges ein Auerochse geschlachtet worden und dann sein charakteristisches Gehirn ist dann hier unten am Grunde dieser Grube deponiert worden. Also was wir hier erfassen, ist zum einen was ganz pragmatisch ist. Einfach beim Bau dieser Siedlung hebt man diese Lehmentnahmegruben aus und dann aber offenbar wird irgendwie so eine Art Opfer oder so ein kleines Ritual vollzogen, bei dem ein Auerochse geschlachtet wird und dann dort diese Hörner deponiert werden. Vielmehr scheint mir das nicht zu sein an dieser Stelle. Aber es ist ein interessantes Feature, weil das hier auch immer wieder nun auftaucht bei diesen Siedlungen. Ansonsten haben wir leider, leider muss man sagen, kaum Anzeichen dafür, wie die eigentliche Wohnbewahrung ausgesehen hat. Eine Ausnahme hier mal von der Bukovapusta 4, dieser Grabungsschnitt T und S, also hier wäre T und hier S, die haben den mehrmals erweitert, weil das so spannend war. Da sehen wir nun hier eine große Grube, man könnte jetzt sagen, so eine Art Grubenhaus und dazu dann hier an dieser Stelle und an dieser Stelle ja so gebrannte Strukturen, die erstmal so ein bisschen rätselhaft uns erschienen. Also hier war nochmal so ein bisschen eine Wandung. Das sah aus wie so ein, ja in den Untergrund eingegrabener Ofen. Und hier an dieser Stelle haben wir dann offenbar, nachdem diese Struktur aufgegeben worden war, hat man exakt das Gleiche nochmal hier östlich anschließend gemacht. Also eine große Grube ausgehoben und dann seitlich hier zwei Öfen gegraben, richtig aus dem anstehenden Boden herausgegraben, die man dann genutzt hat, um hier irgendwelche Dinge zu brennen. Schauen wir die uns genauer an. Hier mal diesen Ofen Nummer 6 und Nummer 7, also das hier ist 6 und das ist Nummer 7. Der eine ist tatsächlich kollabiert, da ist die Kuppel, die Ofenkuppel irgendwie runtergekracht und bei dem hier sehen wir sogar noch so ein Chimney, also ein Rauchabzug, eine Esse, einen Schornstein. Hier vorne ist die Ofenöffnung, wo im Prinzip das Brenngut reinkommt und dann auch die zu brennenden Gegenstände und hier ein Rauchabzug und das Ganze ist aus dem anstehenden Boden hinaus modelliert worden. Mehr noch, hier hinten sehen wir nun einen anderen Befund noch, so eine Grube, an deren Grund sich sehr, sehr viele Tongewichte fanden, die sehen wir gleich noch mal und oberhalb dieser Grube nun glücklicherweise mal eine Bestattung, die nun hier in einem Siedlungszusammenhang auftaucht, ein Kind, wo wir hier auch C14-Daten haben machen lassen, ich hoffe, das kommt noch. Wir sehen hier mal das 3D-Modell, hier diese ganzen Tongewichte, über 70 waren es am Ende und auf diesem Befund, also möglicherweise lag da so ein Fischernetz mit diesen ganzen Gewichten dran oder irgendwas anderes, so ein Seil, wo diese ganzen Gewichte dran waren, denn die folgen auch so ein bisschen so einer Spur hier, also einige sehen so aus, als wenn die so aufgefädelt waren, also ist halt die Frage, wozu das Ganze diente und dann auf diesen Gewichten, teilweise durchsetzt mit Keramik, ist dann dieses Kind am Ende bestattet worden. Es gibt eine Besonderheit hier, auf die ich schon hingewiesen hatte, als ich Ihnen den ausgetrockneten Fluss Temmisch gezeigt hatte, wir haben so gut wie keine Steine in dieser Gegend, also eigentlich nur ganz, ganz kleine Steine, wenn überhaupt, sondern diese ganze Ebene, das ganze östliche Bannad, besteht nun hier aus so angewehtem Sediment, was durch diese Flüsse immer wieder umgelagert wird und auch die Flüsse fließen so langsam, dass sie eigentlich keine Gerölle transportieren, sondern so schlammigen Untergrund haben und Sie können sich vorstellen, dass das für so eine steinzeitliche Bevölkerung hier eine gewisse Herausforderung darstellt, denn die brauchen ja Steine und zwar nicht nur, um daraus ihre Geräte herzustellen, also sowohl Feuersteingeräte als auch geschliffene Steingeräte dann später im Neolithikum, sondern auch alle möglichen anderen Tätigkeiten, selbst wenn man jetzt irgendwelche Dinge zermörsern möchte oder so, da braucht man halt Steine und tatsächlich sehen wir hier, dass Steine hergebracht wurden, auch aus sehr, sehr weiter Entfernung, geologisch kann man das ja mitunter auch bestimmen, Fakt ist, jeder Stein, der hier auftaucht an diesem Fundplatz, ist von Menschenhand irgendwann einmal hergebracht worden, man muss nur gucken, ob es jetzt mit der späteren Besiedlung dieses Platzes zusammenhängt oder tatsächlich in dieses frühen Neolithikum hier gehört und die Menschen des frühen Neolithikums von dieser Siedlung haben sich dann damit beholfen, dass sie einfach aus diesem Schlamm, aus dem anstehenden Sediment, dann so ganz ephemär Dinge hergestellt haben, die normalerweise gar nicht vorkommen, weil man einfach einen Stein nimmt, eine Schnur drum wickelt und dann irgendwelche Dinge damit tut. Und deswegen haben wir hier so eine ganz große Vielzahl von so verschiedenen Gewichten beziehungsweise ja so künstlich hergestellte Steine, wenn man so will, denn wir haben hier manchmal so unförmige Lehmbatzen, die dann zufällig gebrannt wurden, wir haben solche Tonklumpen, wo man die Fingerabdrücke noch sehr schön erkennen kann, die aber gar kein Loch aufweisen, dann welche, wo das Loch gar nicht durchgeht, sondern nur so angedeutet ist, da hat man einmal so einen Finger reingesteckt. Ganz interessant, man sieht auch Kinderfinger da dran und dann auch von Erwachsenen, aber groß, klein, man kann sich vorstellen, hier Männer, Frauen waren gleichzeitig daran beteiligt und dann sehr, sehr oft sind diese Dinge tatsächlich komplett einmal durchlocht worden, um dann irgendwie einen Tau oder ein Seil durchzuziehen. Es gibt aber auch andere Fälle, wo diese Gegenstände einfach umschnürt wurden und dann so kleeblattförmig erscheinen. Genau, hier nochmal ein Eindruck von solchen Erdöfen, also das ist alles anstehendes Sediment, man hat hier tatsächlich diesen Ofenhohlraum ausgegraben, hier diesen Schornstein aufengelassen, hat diesen Ofen genutzt und irgendwann im Laufe der Zeit ist das Ganze dann so zusammengestürzt und dann hat man das Ganze offengelassen und an anderer Stelle einfach einen neuen Ofen gebaut. Ich sagte Ihnen ja schon, dass wir nicht so recht wissen, wie die Häuser ausgesehen haben, sondern wir haben nur diese Lehmentnahmegruben und auf der anderen Seite haben wir diese gigantisch großen Öfen, das ist doch recht gewaltig, die haben manchmal eine Abmessung von so anderthalb Metern in der Breite und dann auch vielleicht nochmal so einen guten Meter in der Länge. Es gibt sehr, sehr viele von diesen Öfen und das Interessante ist, dass die niemals bis auf diese Ausnahme im Schnitt S und T, da waren die tatsächlich mal an so einer großen Grube dran, die vielleicht möglicherweise auch anderen Zwecken diente als nur wirtschaftlichen Zwecken, vielleicht hat man da auch mal ja, irgend so was wie ein Haus drüber rekonstruieren können, aber hier sehen wir das auch, wir haben so eine Art Wirtschaftsgrube vor dem Ofen, aber der eigentliche Ofen ist nicht Teil eines Hauses, er ist auch viel zu groß dafür. Also halten wir fest, Bebauung irgendwie oberirdisch und dann diese Öfen, die dann neben den Häusern stehen, wahrscheinlich war es auch sehr gefährlich, nicht damit das Haus dann irgendwie nicht Feuer fängt, hat man den Ofen neben dem Haus. Hier ein weiterer dieser Erdöfen, der sehr, sehr schön hier gebrannt war, die Kuppel ist verstürzt und da sieht man sogar noch, das Instrument, Spuren von diesem Instrument, mit dem dieser Ofen hier gegraben wurde. Ja, wozu dienten diese Öfen? Keramikbrand wäre ein Grund, haben wir ja gesehen, diese verbrannte Keramik, dieser Fehlbrand vorher und hier fanden sich aber im Vorfeld des Ofens eine ganze Reihe von so Muschel- und Schneckenschalen, ich glaube, da kommt noch mal ein Bild, ja genau hier, also aus diesem Süßwasserflüssen, die da entlangflossen, diese Altarme, sehen wir hier Unio-Muscheln und dann solche Helizes, also Schnecken, die auch ins Wasser gehören und vor allem sehr, sehr viele Fischwirbel. Also, man hat wahrscheinlich hier Muscheln zubereitet, also auch Nahrung zubereitet, ja, die ins Feuer gepackt, in den Ofen und man könnte sich auch vorstellen, diese großen, schlotartigen Kamine, wofür nutzt man die, wenn man diesen Fisch hat, wie kriegt man den haltbar, ja, also einsalzen, natürlich, klar, Stockfisch, aber dann vor allem räuchern, nicht, das wäre so diese Idee und so will man uns erklären, dass diese gewaltig großen Wirbel hier teilweise von Welsen, von Hechten und so weiter da in diesen Zusammenhang kommen, also dass diese Fische dann filetiert werden, vorbereitet und dann irgendwie an so einem Stöckchen dann in diese Öfen gehängt werden und dann geräuchert zu werden, um hier haltbare Lebensmittel zu erzeugen. Also die Nutzung der aquatischen Ressourcen, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, ist hier evident, dennoch handelt es sich um eine neolithische Siedlung mit allem, was wir so erwarten würden. Schauen Sie sich mal das an, hier eine Zusammenstellung von Keramikformen, Sophie Anders und Jonas Spriesler haben hier sehr schön diese Materialien auf Tafeln gesetzt, die soll ja demnächst veröffentlicht werden, die Grabung haben wir abgeschlossen im Jahre 2015 nicht und das ist nun Keramik, wie wir sie kennen aus dem Balkankarpatenraum mit solchen gedellten Rändern. Hier Eindruckverzierungen, kleinen Wärzchen, es gibt offene und geschlossene Formen, große und kleine, hier eine kleine Auswahl der Materialien. Die Verzierungen sind hier auch sehr sehr vielfältig, wir haben ganz wenig bemalt Keramik, dafür aber vor allen Dingen plastische Verzierungen, was auch damit zusammenhängen mag, dass wir hier nicht diesen frühesten Neolithischen Horizont erwischt haben, sondern den, der hier gekennzeichnet ist im südlichen Balkanraum, vor allen Dingen durch Karanovo 2, Julinza 4, Ovchadrovo Rata, wo wir ja auch diese plastischen Verzierungen haben, Sie sehen hier so Tupfenleisten, solche Warzenbänder, Ritzungen und dann tatsächlich solche verschiedene Arten von plastischen Verzierungen. Ja, was gibt es noch? Sonderformen und die sollten Sie sich einprägen, also neben der Gefäßkeramik haben wir hier auch solche Formen, die dann sehr sehr häufig fragmentiert sind, auch das scheint nicht dem Zufall überlassen worden zu sein, sondern man hat diese Gegenstände ja regelrecht zerstört, mutwellig. Wie das Ganze ausgesehen haben könnte, sieht man hier an einem Miniaturstück, also so vier Füßchen an einem Tischchen, vielleicht hier mal so und dann geht es hier irgendwie hoch und hier sieht man noch so diesen Ansatz, da drin war dann wahrscheinlich so ein Schälchen angebracht. Wir werden diese Formen später noch sehen, ich komme nochmal darauf zu sprechen, aber Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Vier- und Drei-Fuß-Schälchen, die wir gesehen hatten aus Julunica, teilweise auch so ornamental verziert. Ich werde in einer der nächsten Stunden nochmal darauf zurückkommen, vielleicht schon in der nächsten und Ihnen da mal auch eine Deutung bieten, was diese Dinge bedeutet haben könnten. Sie gehören irgendwie zur Gefäßkeramik, sie sind nicht so wahnsinnig häufig, aber Sie sehen hier mal in dieser Auswahl, dass es doch eine Form ist, die jetzt nicht so singulär ist, sondern vor allem immer in diesem fragmentierten Zustand hier doch ein paar Male auftaucht. Dazu kommen dann noch solche kleinen würfelartigen Stücke, die mitunter hier auch solche Füßchen aufweisen können. Interessanterweise sind die dann auch manchmal verziert an der Außenseite hier oder Sie sehen hier auch diese Ritzungen an diesem kleinen Würfelchen. Ja, was haben wir noch? Natürlich für eine früheniologische Siedlung, wir brauchen da Figurinen, haben wir auch. Das ist hier alles so ein bisschen, naja, nicht mehr so schön, wie wir es so kennen aus Anatolien und der Ägäis und aus dem südlichen Balkanraum. Kaum erkennbar als menschliche Figur, man muss schon dreimal hingucken, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht, ja, oder hier mal einfach so ein kleiner Zapfen, sieht aus wie so eine Schachfigur, Nase dran und fertig ist so eine grobe Menschengestalt. Es gibt dann auch solche Stücke, die hier offenbar auf seinen Stöckchen aufgefädelt werden konnten, Andeutung von Armen, eine grotesk überhöhte Nase und zwei Äuglein dran und dann möglicherweise auch Abbildungen hier von, ja, Tieren, möglicherweise Igel und hier mal so ein Vögelchen, nicht, auch sowas ist zu erwarten und dann schauen Sie mal hier hin und wieder auch geht es ins Plastische über diese Verziehung auf der Keramik, ein gigantisch großes Vorratsgefäß, was hier nochmal kleiner wieder werden musste als diese Idole und da sehen wir hier nun eine menschliche Gestalt, hier auch ganz klar charakterisiert durch die Angabe der Augen und der Nase und die hält nun etwas hier in der Hand. Wir haben sehr, sehr aufmerksam geguckt, wir hätten gerne hier noch mehr Stücke gehabt, um das Ganze noch weiter zu ergänzen. Unser Zeichner Achim Frei hat sich hier große Mühe gegeben und meinte nun hier auch einen Sternenhimmel zu erkennen und hier die Gestalt des großen Wagens, also hier die Deichsel, hier der Wagenkasten nicht, aber das ist eine ganz amüsante Interpretation, aber muss nicht unbedingt sein, kann auch einfach sein, dass es einfach Dekor ist hier auf dem Gefäß und diese Gestalt, ja, irgendwas hält sich an der Hand, was wissen wir schlicht nicht. Was wir noch haben, sind dann Keramikfragmente, die gerne so sekundär durchbohrt wurden und dann so abgerollt. Man kann diese Gegenstände für verschiedene Dinge nutzen, man kann damit auch so Fäden spannen, beispielsweise, man kann sie als Spinnwirtel benutzen, hier auch mal so radartige Ton-Tokens und dann gibt es auch Ringe aus verschiedenen Materialien, teilweise aus Keramik, teilweise aber auch aus Knochen oder aus verschiedenen Muschelschalen und hier ganz interessant mal ein Stück, was aus Lignit gefertigt wurde, fossilisiertes Holz, also Holz, was gefunden wurde irgendwo aus dem Erdaltertum, versteinert war und aus dem man dann so einen Ring angefertigt hat. Also auch hier die Suche nach so exotischen Materialien, man hat ja nicht so viel, aber in den Flüssen tauchen hin und wieder diese fossilisierten Holzarten auf und daraus dann solche Ringe zu fertigen ist irgendwie mal eine spannende Sache. Also immer nicht auf der Suche nach dem Material, es bietet sich an einfach Ton zu verwenden, Keramik, dann natürlich über diese Tiere hat man Knochen und Horn zur Verfügung, um daraus irgendwelche Dinge herzustellen aus Muschelschalen und dann interessanterweise hier dieses fossilisierte Holz ist ein Spezifikum hier dieser Region. Ja, schauen wir mal weiter, den Kaltschow-Hügel lassen wir mal aus, hier an einen weiteren Platz die sogenannte Movila Luidechow, also auf Rumänisch heißt das der Hügel von Decho, also irgendein Eigentümer, ein Alter war das und da sehen wir hier nun eine, ja, so ein bisschen Reflex hier in der Geomagnetik, was so ein bisschen andeutet was wir hier uns mit einer Umfassungsstruktur zu tun haben, wahrscheinlich ein Graben und hier nur ein Einblick in unsere Grabung, die wir dann abbrechen mussten, letztes Jahr konnten wir da nicht graben, deswegen hier Stück angestückt hier diese Fotos von 2019 und 2018 zusammen, sehr, sehr komplexe Strukturen, die wir hier sehr langsam freilegen, viel Lehm, gebrannter Lehm, Pfostenlöcher hier, ich werde Ihnen gleich zeigen, was es damit auf sich hat. Es handelt sich hier auch um eine frühen Neolithische Siedlung, wir sehen hier verschiedene Materialien, wir haben hier bemalt Keramik, die ein bisschen älter ist als auf der Bukowa Pusta, deswegen haben wir den Platz gewechselt, wir wollten ein bisschen auch gucken, wie entwickelt sich hier das frühen Neolithikum in der Zeit, als die Leute tatsächlich ankommen, die Bukowa Pusta so um 5700 zu datieren, wir kommen gleich auf die Daten zu sprechen, und hier mal Funde von Kollegen Dan Chopotaro von einer Grabung aus den frühen 2000er Jahren, dazu dann auch wieder diese Ringe, hier mal aus Stein und hier so ein Angelhaken aus Knochen und dazu zwei wunderschöne kleine Idole, Singer habe ich die mal genannt, mit so doppelten Augen und dann so ein offener Mund, als wenn die hier irgendwie so Christmas Carols trellern würden, und ganz spannend, hier mal so ein kleines Beilchen aus Nefrit, einem grünen Stein, nicht auch ein besonderer Fund, der hier nun auftaucht. Wir sind da noch nicht ganz durch, es wird diesen Sommer hoffentlich weitergehen, aber man sieht hier mal einmal dieses Nord-Nord-Ost-Profil dieses Grabungsschnittes und Sie müssen mir jetzt glauben, dass wir hier zwei Schichten erkannt haben, die hier auch so merkwürdig abfallen, mit vielen Aschebändern dazwischen, wir sehen hier mal dieses rötliche, sind wahrscheinlich Hausfußböden, die hier verbrannt sind und die uns hier dieses Niveau angeben. So sieht das Ganze aus, hier mal dieses, jetzt muss man nochmal zurückgehen, Level 2 ist oben und dann unten diese verschiedenen Lagen hier von gebrannten, ja Aschen, Lehm und so weiter. Ich hoffe, dass Chris Miller und Kollegen hier mal vorbeikommen und uns das erklären, ob diese Ablagerungsprozesse jetzt kurzfristig waren, ob es ein längeres Ereignis ist oder nicht. So sieht das Ganze aus und hier mal unter einem dieser Hausfußböden, hier haben wir noch verschiedene Mauselöcher oder so, sehen wir hier mal ganz spannend eine Struktur aus Lehm, die nicht gebrannt ist, ja. Also man hat da offenbar innerhalb dieser Häuser auch solche Einbauten gehabt, die nun hier, weil es nicht verbrannt ist, sich uns hier auch nur so ephemär beim Grabungsprozess darstellen. Man muss da sehr, sehr minutiös vorgehen, um das Ganze hier rauszukriegen. Genauso arbeiten wir da auch. Wir nutzen Staubsauger, um hier voranzukommen. Wir graben negativ, streng nach Harris. Anders kriegen wir diese Strukturen hier nicht in den Griff. Wir sieben alles und hier sieht man Hannah Huber fleißig dabei, hier auch zu flottieren, weil wir natürlich hier ein Interesse haben, dass wir auch die jeden kleinsten Fischknochen hier alle Geräten rauskriegen, alle Muschelschalen und so weiter und vor allem die botanischen Reste interessieren uns hier. Wir haben dann mal von den beiden Plätzen, die Sie jetzt gesehen haben, also sowohl Bukovapusta 4 als auch Movilary Detschow verschiedene Befunde und aus diesen Befunden dann verschiedene Materialien, die wir C14 datieren konnten. Da sehen wir jetzt hier selten mal Holzkohlen. Die Holzkohlen sind aber wichtig, weil die natürlich das Bauholz darstellen, aus dem diese Häuser gebaut wurden. Aber natürlich sind diese Holzkohlen immer ein bisschen älter anzusetzen, weil die geben ja das Wachstum dieser Bäume wieder, die dann erst in der Siedlung verbaut wurden. Dann sehen wir hier verschiedene Knochen von Tieren, die wir als Schlachtabfälle interpretieren, sowohl Jagdwild, Cervus also Rehe sind dabei. Hier dieses da haben wir mal einen dislozierten Menschenknochen, das ist jetzt so ein bisschen unklar gewesen, wo der hingehört, aber offenbar ist der auch frühen Neolithisch. Und ansonsten haben wir hier Samen, teilweise bestimmt, teilweise nicht bestimmt und dann gerne mal hier Oviscapra, Bos, nicht diese Haustiere, die wir hier zur Datierung verwenden. Querbeet durch alle möglichen Befunde, wir haben hier dieses Neolithische Kindergrab, verschiedene Siedlungsgruben oder Lehmentnahmgruben, dann immer wieder diese Öfen, die uns interessiert haben und hier Moviladurid Detschoff das Gleiche. Ja, das Ganze haben wir dann mal integriert, so in so einem Modell, sagen wir jetzt mal hier, Bucco Buster 4, die Holzkohlen, die geben uns so ein bisschen das Datum, wann diese Hölzer gewachsen sind, die hier zum Bau der Siedlung verwendet wurden, dann eine Phase 1, im Prinzip ist es eine einphasige Siedlung und Phase 2 wäre im Prinzip die Bestattung dieses Kindes. Wir haben dann sowohl das Kind selber datiert, als auch wahrscheinlich Ziegel, hier so ein Schädel datiert, der Zoologe war sich da nicht so ganz sicher, ob es nun Schaf oder Ziegel ist, deswegen haben wir es mal so gelassen und dann hier auch an der Moviladurid Detschoff immerhin unsere zwei Phasen, die wir sehen im Profil und dann eine bunte Mischung und dann nehmen wir mal hier ein Holz für diesen Zweierhorizont, was sicherlich vor den Horizont gehört, weil es einfach das Wachstum dieses Holzes angibt, der dann das dann verwendet wurde im Bau der Siedlung. Das Ganze dann eingefügt in ein Modell und hier mal gerechnet von Lennart Brandstetter, da sehen wir nun hier in blau die Daten von Moviladurid Detschoff und in rot die Daten von der Bukovapusta 4. Muss ich kurz erklären, es handelt sich um das Programm CALPAL, was von Bernhard Weniger entwickelt wurde und wir sehen hier die Kalibrationskurve INT-CAL 13. Dazu die dendrochronologischen Rohdaten, aus denen diese Kurve gemittelt wurde und dann sehen wir hier diese ganzen Abweichungen hier oberhalb und unterhalb der Kurve und im Prinzip die Kurve läuft hier genau durch die Mitte, aber diese Dendrodaten geben uns auf jeden Fall diese Abweichung auch von der Kurve sehr gut wieder und dann sehen wir hier nun unsere Daten fallen in einen Bereich der im Prinzip ideal ist wir haben kein Plateau sondern eine relativ vertikale Entwicklung hier sehr sehr steil abfallend also ideal für archäologische Datierung wir haben auch keine Wiggle sondern hier erst ein Wiggle nach unserem letzten Datum und hier ein Wiggle deutlich vor dieser Zeit die uns interessiert was haben wir dann daraus gemacht wir sehen jetzt hier unsere zwei Phasen von Moviladoi Detschow wir haben das Ganze hier aufgereiht in der Reihenfolge wie wir glauben dass es archäologisch sinnvoll war Phase 1 und Phase 2 getrennt hier durch diese eine Holzkohle und da sehen wir nun hier die Moviladoi Detschow datiert ins 58. Jahrhundert ja und dann ist hier kurz vor 5700 Schluss da endet die Siedlung und interessant die Bukova Puster ja schließt genau da an also offenbar ist dieser Platz Moviladoi Detschow verlassen worden aufgelassen worden als die Bukova Puster besiedelt wurde die beiden Plätze liegen nicht sehr weit auseinander und so kann man jetzt auch die Besiedlung sich da rekonstruieren man siedelt an einem Platz und als sich die Umweltbedingungen ändern der Fluss seinen Lauf verändert oder irgendwelche anderen Dinge dafür sprechen wechselt man den Platz und hier sehen wir diese Sukzession der Siedlungsplätze Moviladoi Detschow und danach die Bukova Puster hochspannend ist aber unsere Dendro Daten jetzt vielleicht nochmal auf die Folie rauf gehen wir sehen hier drei Holzdaten von der Bukova Puster und da sehen wir auch wir dürfen niemals nur ausschließlich mit Holz datieren weil wir sehen hier wann diese Bäume gewachsen sind diese Bäume sind gewachsen bevor die Moviladoi Detschow besiedelt wurde und sind dann eingeschlagen worden um hier diese Siedlung zu errichten und das Messdatum was wir da erlangen stammt in der Regel ja vom Inneren der Bäume wir haben ja nicht die Waldkante sondern wenn das irgendwie errichtet wurde man richtet ja diese Balken zu um die dann zu verwenden für den Bau der Häuser da werden diese äußeren Ringe schon mal entfernt dann gibt es eine gewisse Nutzung auch das äußere Holz verrottet ja beispielsweise dann gibt es eine Nachnutzung man verbrennt diese Dinge dann irgendwann irgendwie ist ein Haus offen gelassen worden nach einer längerfristigen Besiedlung und dann wird das verbrannt und was übrig bleibt ist im Prinzip das Innere des Holzes und das ist genau das was wir sehen in unserem Modell das sozusagen diese inneren Jahrringe geben genau diese Spanne an wann dieser Baum angefangen hat zu wachsen und können nicht verbunden werden mit dem Lebenszyklus dieser Siedlung und schon gar nicht mit dem archäologischen Kontext in den sie reingeraten sind sondern da müssten wir tatsächlich Schlachtabfälle nehmen die schnell also man schlachtet das Tier ist es und dann werden die Knochen entsorgt kommen in diesen archäologischen Befund und da haben wir eine relativ dichte Folge zwischen Schlachtereignis also tatsächlich C14 Alter was uns das Tier vorgibt und dem archäologischen Befund anders bei den Hölzern da haben wir eine lange Spanne mit unter mehrere hundert Jahre hier sehen wir es sogar um 5800 sind diese Hölzer gewachsen worden und sind dann hier in den archäologischen Kontext geraten erst mehr als hundert Jahre nachdem sie gewachsen sind ok was haben wir noch wir haben jetzt hier immerhin von Bukovapusta 4 da sitzen wir gerade an der Publikation dran mal Angaben zu den Nutzungen der Faunen da sehen wir hier jede Menge Muscheln wir sehen jede Menge Schnecken sowohl Wasserschnecken als auch terrestrische Schnecken wir sehen Fische ja unglaublich viele hier schauen sich die Zahlen an Amphibien und Reptilien Vögel völlig ungewöhnlich ja bisher und erst dann kommen die Säugetiere und unter den Säugetieren haben wir dann tatsächlich hier Kettle Sheep Goat Sheep Goat ja und auch den Hund durchaus hier auch mit prominenten Zahlen 683 mal Schafziegel 339 mal Rinder das ist sicherlich sehr sehr viel im Vergleich zu dem anderen aber was wir noch haben hier sind Füchse ja wir haben hier Wildschwein wir haben Hirsche Rehe und andere Zerviden nicht also auch hier hochinteressant also eine Nutzung tatsächlich auch des Naturraumes noch viel viel stärker als wir es bisher gesehen hatten im archäologischen Befund in der Zone südlich des Karpatenbeckens ja und das ist nun völlig überraschend hier schauen Sie sich das an ja wir haben zwar Mammals also Säugetiere 39% darunter aber auch hier einige Wildtiere und dann schauen Sie sich das an ja terrestrische wirbellose ja also das sind solche Schnecken ja 10% Fisch immerhin 9% und dann ganz krass hier Süßwassermuscheln 22% und 19% Schnecken aus dem Wasser ja das haben die Leute gegessen also vollkommen ungewöhnlich für eine früheniologische Siedlung also wir haben diese Gefäßkeramik wir haben Öfen Sesshaftigkeit ganz klar aber dann so eine Nutzung hier des Naturraumes ist doch ein bisschen verwunderlich dann unter den Schlachtabfällen hier ganz interessant von B.A. de Kupere mal herausgearbeitet hier Hunting versus Herding also Jagd versus gegenüber dem der Tierzucht da ganz klar dominant natürlich hier Rind und Schafziege und da sagt sie nun ja klar Jagen spielt hier eine geringe Rolle aber auf jeden Fall diese aquatischen Ressourcen nicht an die man leicht rankommt die sind nun hier wichtig und dann hier hat sie noch das Schlachtalter der Tiere herausgearbeitet und dann sagt sie jetzt hier ganz klare Zeichen für ja vor allen Dingen Fleischnutzung ja also kaum Herdenmuster die darauf hindeuten dass man hier wirklich auf die Milch hingen gearbeitet hat und das ist eben auch was untypisches für das Neulitikum da würde man erwarten dass diese Milchnutzung irgendwie im Vordergrund steht schauen wir uns die an hier haben wir ja schon gesehen diese beiden Bilder und dann hier was hat sie herausgefunden hier welche Fische sind das nun hier und dann haben wir hier Pike Catfish Catfish ist der Wels und dann Sturgeon das sind Hechte ja und das sind eben sehr besonders große Fische die hier nun offenbar regelhaft genutzt wurden und möglicherweise auch geräuchert wurden dann in diesen großen Öfen schauen wir uns die Pflanzen an da nun hier auch vorläufige Ergebnisse von der Bukovapusta ganz klar haben wir hier sowohl die Spelzreste als auch die Getreidekörner selbst 40% 36% das sind hier nun ja Dinge die wir erwarten würden also vor allen Dingen hier Hordium also Gerste aber auch Weizenarten Monokokum Dikokum also Emma und Einkorn sind da wir haben Linsen verschiedene Bohnenfrüchte in geringer Zahl aber sie sind da und dann aber hochinteressant auch hier im unteren Bereich Brombeere ja und dann so verschiedene andere Cornusmaß hier das ist die Kornellkirsche Physalis ja und so wilde Birnenarten also auch hier zeichnet sich das ab dass man viel stärker als man das erwarten würde für ein Neolithikum noch Wildpflanzen hier sammelt dann mal was besonderes hier Water Chestnut ja also Wasserkastanie die hier so charakteristische Kapseln hat auch die deuten auch hin dass das Wasser hier eine große Rolle spielt und dann vor allen Dingen hier die Kornellkirsche ja wächst ja so schön hier im Botanischen Garten in Tübingen auch ein bisschen sauer aber lässt sich gut so Marmelade verarbeiten muss man allerdings viel Zucker ranhauen nicht und die sind hier nun als Vitamin-Lieferanten sehr sehr gut genutzt worden hier hat Elena Marinova unsere Botanikerin mal einen Vergleich angestellt zwischen Bukovapusta 4 und Eschek Pfeiffer wir sehen gleich wo der Platz liegt hier im Karpatenbecken da sehen wir ganz ganz wenig Hülsenfrüste und dann vor allen Dingen hier Barley also das Gerste ja das Biergetreide ist da aber dann vor allen Dingen hier Weizen sowohl die Spelzen als auch die Körner sind hier vorhanden und das ist immer so etwa vergleichbar ja Eschek Pfeiffer liegt nun hier also wir haben uns hier unten im Süden bewegt und das nun ist die große ungarische Tiefebene hier ist die Donau nicht die Trend dieses Land in Transdanubien ist der westliche Teil und der östliche ist die große ungarische Tiefebene oder das Aalfeld und da sehen wir nun hier dass diese Mischung die wir da beobachtet haben in Bukuba Pustafir total typisch ist für dieses östliche Karpatenbecken schauen Sie sich das hier an Aquatic Resources ja hier in Eschek Pfeiffer 23% hier in Ibrani gut da ist jetzt nicht so viel analysiert worden aber immerhin 243 Species von denen dann neun Zehntel aquatisch sind und der Rest ist dann Footplain Forest und hier auch an diesen anderen Plätzen klar sehr sehr geringe Zahlen von identifizierten Species aber was da ist da haben wir immer eine klare Dominanz von diesen aquatischen Ressourcen und das ist der Punkt ja wenn wir das uns jetzt angucken mal im Vergleich zum Balkangebiet der östliche Teil des Karpatenbeckens funktioniert auf der Ebene der Ökonomie vollkommen anders wir haben Schafziege und Rind ja wir haben auch diese Gräser die aus dem Nahen Osten kommen aber der Anteil der aquatischen Ressourcen und des Jagdwildes und auch der gesammelten Pflanzen bleibt hier über das gesamte Neolithikum sehr sehr hoch und das ist ungewöhnlich und wir werden auch sehen in der Bandkeramik im Westen funktioniert das völlig anders da ist das eher so ein Bild wie was aus dem Balkanraum kennen also halten wir fest diese östliche Zone ist hier ein bisschen ungewöhnlich und wir müssen jetzt mal langsam schauen was hier im Westen passiert ich greife ein bisschen vor wir haben hier diese sogenannte agroökologische Barriere die ich jetzt gleich erklären würde und wir haben hier im Süden eine Entwicklung der Winchakultur aus dem älteren Stachowo-Krisch-Körrisch-Komplex und hier im westlichen Teil des Karpatenbeckens entwickelt sich dann die älteste Linienbandkeramik und im Osten die sogenannte Aalfeld-Linienbandkeramik also was haben wir hier am Vorabend dieser Situation wir haben hier zum einen Krisch-Körrisch-Keramik wir haben hier diese sogenannte Aalfeld-Linienbandkeramik die dieses typische Muster zeigt ja wir haben Keramik da aber eben stark diese Nutzung von aquatischen Ressourcen sowohl auf der Ebene der Pflanzen als auch bei den Tieren und dann hier im westlichen Karpatenbecken bildet sich irgendwann im Laufe des späten 6. Jahrtausends die sogenannte Transanobische Linienbandkeramik oder LBK heraus was wir uns merken müssen ist dass diese Aalfeld-Linienbandkeramik die heißt zwar so wie die hier ist aber was anderes und die wird auch AVK abgekürzt nach dem ungarischen oh Gott ich versuche es jetzt mal vorzulesen Alföldi Volnadices Keramia also das heißt dann irgendwie Aalfeld-Linienbandkeramik AVK abgekürzt ist diese Aalfeld-Linienbandkeramik die nun etwas anderes darstellt als die eigentliche Bandkeramik ja was ist anders wir sehen die ist spitz- und rundbodig die sieht auch eher so aus als ob man hier irgendwelche Holzgefäße in Keramik emittiert sie hat zwar auch diese Bänderverzierung die aber ganz ganz fein so ritzverziert ist und vor allem expandiert die nicht ja die Aalfeld-Linienbandkeramik heißt deswegen so weil sie hier die ganze Zeit aufs Aalfeld beschränkt bleibt ähm und die LBK formiert sich hier irgendwann wir werden in der nächsten Stunde sehen wie das passiert und dann expandiert die und zwar gewaltig ja zunächst mal bis an den Rhein und in die ukrainischen Steppen und später darüber hinaus noch bis ins Pariser Becken und dann bis an den Rand der Ostsee und dagegen die Aalfeld-Linienbandkeramik ist so ein isoliertes Phänomen was sich hier nicht von der Stelle bewegt zentraleuropäisch-balkanische agroökologische Barriere dieses Agro könnte man dann auch groß schreiben weil es ein Eigenname ist CEBAEB was meint das nun ich stelle Ihnen hier das Modell vor von Robert Kertesch und Paul Symeyi veröffentlicht hier im Jahr 2001 nicht wo die dann sagen es gibt hier verschiedene Waldtypen die hier im Karpatenbecken aufeinandertreffen einige sind so balkanisch dominiert andere hier so zentraleuropäisch es geht da vor allen Dingen um verschiedene Eichenarten die hier aufeinandertreffen nicht und da nun stoßen die hier aneinander und das Ganze ist hier von Korswowski mal in seinem Samenwand hier Interaction between different models of Neuralization North of the Central European Agro-Ecological Barrier bezeichnet worden die Barriere selbst sehen Sie hier eingezeichnet ist diese gepunktete Linie hier Nummer 7 und es ist in etwa diese Linie die nun hier markiert ökologische Gegebenheiten in den Gebieten des Karpatenbeckens nördlich dieser Linie zum Beispiel sagen die hier Zahl der Sonnenscheinstunden und Einfallswinkel der Sonne sind nicht primär für ein Wirtschaften mit dem sogenannten Neolithischen Bündel also Neolithisches Package geeignet ja der Fruchtertrag an Kulturpflanzen und der Zuwachs der Haustierpopulation ist nicht mehr ausreichend für die Ernährung der Gemeinschaften also was bedeutet das das Neolithikum bewegt sich nach Norden ja und die Bedingungen werden immer schlechter umso weiter man sich von der Ägäis wegbewegt aber man macht es immer nochmal ja es ist immer mühseliger aber irgendwann ist da Ende Gelände und entlang dieser ökologischen Barriere da ist dann wirklich so diese marginale Zone erreicht so genau würde ich auch bezeichnen jetzt von den ungarischen Kollegen als mentale marginale Zone wo man im Prinzip abgeschnitten ist dann von den Ursprungsgebieten auch die Kommunikation in diese Räume ist dann schwierig es ist quasi das Ende der Neolithischen Welt zumindest aus der Perspektive des balkanischen Neolithikums und was markiert nun am allerbesten diese Zone es ist die Verbreitungsgrenze der Silberlinde Thilia Tomentosa die nun diese Linie hier vorgibt und so eine Thilia Tomentosa können Sie hier sehen in Tübingen einer der schönsten Bäume hier im Stadtgebiet vor der Kichererbse da wo jetzt dieser schöne Kinderspielplatz entstanden ist mit diesem Wasser und wenn man da sein vegetarisches Mittagessen zu sich nimmt da ist ja auch diese Galerie da am Schlachthaus und gegenüber der Brot-Kartoffel-Messerladen wo man auch Schuhe kaufen kann so ein typischer Tübinger Laden nicht und da steht so eine Silberlin die heißt deswegen so weil die Unterseite der Blätter so weißlich schimmern klar heutzutage kommt dieser Baum hier überall vor bis auf die britischen Inseln aber das natürliche Verbreitungsgebiet und darum geht es ja ist hier entlang dieser Zone die kommt von Süden aus dem Mittelmeerraum und kommt hier eben nicht weiter nördlich als bis zu dieser sogenannten agroökologischen Barriere ja wie sieht nur das Mesolitikum aus in dieser Region schauen Sie hier mal auf diese Karte Spätmesolitikum wir haben gar nicht so wenig Angaben hier im südlichen Raum ist es ein bisschen schütter zumal diese Fundplätze alles Altfunde sind vereinzelt klar das Mesolitikum des Eisernen Tores ist gut dokumentiert und dann hier aber vor allem die fantastische Arbeit der ungarischen Kollegen sowohl in Transdanubien als auch im Ahlfeld und dann hier ein ukrainischer Fundplatz und dann hier slowakischen Fundplätze Sedet Medvedia Cave also die Bärenhöhle und dann wichtig sind hier Ressourcen ja vor allen Dingen Gesteinsrohmaterialien zum einen der Transdanubische Radiolarit der sieht so schokoladenartig aus und dann hier Obsidianlagerstätten auf die ich in wenigen Minuten zu sprechen komme das Ganze fügt sich ein hier in ein spätmesolitisches Kulturmilieu Janisławice heißt das hier in Polen das süddeutsche Spätmesolitikum Kastelnowien auf der Apenninen Halbinsel und Kukrek in der Ukraine hier bis in die Moldau ausstrahlend nicht das ist sozusagen dieses Milieu in dem sich das Ganze abspielt hat noch keinen Namen deswegen sage ich jetzt mal Spätmesolitikum im Karpatenbecken mit diesen Fundplätzen hier ja hier mal Pars pro Toto ein paar Abbildungen dazu was haben wir hier diese typischen Mikroliten also an Klingen gearbeitete durch seitliche Retuschen hergestellte Trapeze oder Dreiecke und dann gerne bei diesen Dreiecken hier diese charakteristische Stumpfung an der einen Seite Mikrolitik ist hier das Stichwort und wir haben hier auch so kleine sogenannte Daumennagelkratzer und die deswegen so heißen weil sie eben nicht größer sind als so ein kleiner Daumennagel Sie sehen hier mal den Maßstab abgebildet es gibt dann klar es ist eine hochmobile Bevölkerung kommen da auch gleich nochmal auf einige Aspekte zu sprechen dennoch gibt es hier mal einen wunderbaren Befund aus Jastalek im Ahlfeld nach Kertisch 1996 hier wieder gegeben kreisrund mit einer Feuerstelle in der Mitte einige Pfosten und dann auch so eine kleine Vorratsgrube angelegt hier wird rekonstruiert diese Eingangssituation und na klar das Ganze wird dann so rekonstruiert wie so ein indianisches Tipi und das wäre im Prinzip auch so diese Analogie die wir so vor Augen haben also so Leute die die ganze Zeit in Bewegung sind den Jagdwirt hinterher ziehen und dann solche Behausungen da temporär mal hinstellen die dann auch kaum im archäologischen Befund Spuren hinterlassen das wissen wir bislang vom Mesolithikum hier im Karpatenbecken wenn man den Fokus jetzt mal ein bisschen größer zieht und das Ganze jetzt mal so gesamteuropäisch betrachtet ist diese Zeit der Expansion des Starchovo-Kirsch-Komplexes hier im Balkangebiet natürlich noch dominiert hier von Jägern und Sammlern Interessanterweise breitet sich diese Trapez Technologie hier erst unmittelbar am Vorabend der Neolithisierung aus und dann interessanterweise betrifft die hier vor allen Dingen diesen östlichen Raum des heutigen Europa und dann gibt es hier so eine merkwürdige Trennung hier zwischen einem südeuropäischen und einem nordeuropäischen Bereich was diese Dreiecke anbelangt und zwar sind die im Westen und im Süden häufig hier so retuschiert an der linken Seite und die anderen auf der rechten Seite ja also da treffen hier offenbar so zwei Traditionen aufeinander wie werden diese Dinge hergestellt also man stellt hier eine Klinge her mit Drucktechniken und dann muss man hier hergehen und hier so eine Kerbe einfügen das sieht man hier und dann durch einen gezielten Schlag auf so eine Kante werden dann hier solche Zielprodukte hergestellt interessant interessant ist dann dieser Kerbress der hier übrig bleibt und diese Gegenstände wurden in der Vergangenheit auch gerne immer als Microburins bezeichnet also als Mikrobohrer weil man tatsächlich die missgedeutet hat als Endprodukte und dachte die dienen dazu dass man die irgendwie so nutzt als kleine Kratzerchen aber offenbar ist es tatsächlich nur ein Abfallprodukt und das Ziel waren diese wunderschönen Dreiecke wie auch immer ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet aber was wir sehen ist hier nun im Laufe des siebten Jahrtausends eine großflächige Ausbreitung von diesen Mikroliten die dann hier tatsächlich auch so Kulturgruppen definieren Kongomose hier im Ostseeraum Rhein-Mars Scheidegruppe und dann hier eben was ich sagte Kastel-Novian und hier süddeutsches Spätmesolithikum und Janis-Wawice hier in Polen das wäre nun dieses Milieu und hier genau dazwischen liegt nun das was uns hier beschäftigen sollte ich zeige Ihnen hier nochmal drei Karten von Dusan Boric weil die uns so ein bisschen illustrieren wie mobil diese Gruppen sind also da wird irgendwo irgendwas entwickelt und ist funktional und dadurch dass sie ständig umherziehen und so Riesenräume bespielen hier wir können ruhig auf die Folie wieder gehen haben diese Dinge eine ganz ganz große Verbreitung wir treffen sie hier am Unterlauf der Donau wir sehen sie hier in Griechenland und dann hier die ganze Adria hoch bis rein hier in Zentralbalkanraum ganz Italien ist voll beispielsweise mit diesen geschulterten Spitzen ja also Klingen die hier durch so eine Retusche dann so schön gestielt werden dass man sie hier wunderbar einfügen kann in einen Pfeil um sie abzuschließen was wir noch haben sind diese wunderschönen Schneckenschalen ich hatte die ja schon gezeigt als wir über das Eiserne Tor sprachen und das Ganze tritt nun nicht nur isoliert hier auf am Eiserne Tor also die Schnecken kommen wahrscheinlich hier aus dem Mittelmeer sondern rund ums Meer hier von der Argolis über Apulien und auch Zentralitalien und dann hier vor allem entlang der Dalmatinischen Küste Histrien und dann hier bis in die Alpen hinein und Sardinien hier das Mündungsgebiet Piemont sind diese Dinge da und auch diese Fischzähne haben wir hier am Eiserne Tor natürlich dann hier mal in Montenegro und dann hochspannend hier bei uns in Oberschwaben diese Höhlen auf der Schwäbischen Alpe haben wir immer wieder diese Fischzähne da also hier ein Kommunikationsraum einheitliches Handeln dieses Aufsägen von diesen Fischzähnen um sie als Pailletten auf die Kleidung aufzunähen begegnet hier in all diesem Raum entsprechend hat hier Duschan Boric zusammen mit seiner Frau Emanuela Christiani so ein Netzwerk hier mal rekonstruiert hier nochmal diese schöne Rekonstruktion dieser Bestattung Frau und Kind aus Vlasatz das ist ja hier dieses Polygon nicht anders sagt nun hier das ist dieser Interaktionsraum in dem wir hier eine sehr sehr dichte Kommunikation haben im Laufe dieser Zeit bereits vor der Ankunft von Ackerbau und Viehzorien jetzt kann sich vorstellen jetzt wandern diese Leute ein hier mit Schaf, Ziege, Rind, Getreide und so weiter und die sind eben nicht mehr so mobil die bauen so ihre Häuser haben so ein bisschen ihren kleinen Radius des Umherschweifens und dann im Umfeld aber diese hochmobilen hier und Sammlergruppen und da passiert natürlich einiges auch so an Interaktionen und was das gucken wir uns jetzt an wir können es nur immer beispielhaft machen weil wir haben immer nur die Spitze des Eisberges was wir haben ist beispielsweise Obsidian Obsidian hat einen riesen Vorteil also vulkanisches Glas kommt nicht so häufig vor in Europa wir haben Lagerstätten hier vor allen Dingen in Anatolien haben wir ja gesehen hier in Ost-Anatolien wir haben auf der Insel Melos Lagerstätten wir haben hier Lipari und hier noch weiter hier in Mittelitalien geringe Vorkommen hier und dann aber hier auf dem Kontinent sind im Prinzip nur vier Lagerstätten mittlerweile also drei sind jetzt hier eingezeichnet im Karpatenbecken Obsidian hat den weiteren Vorteil dass er sich über Neutronen Aktivierungsanalysen sehr sehr gut einer Lagerstätte zuweisen lässt also diese Spurenelemente die in diesem vulkanischen Glas drin sind die sind sehr charakteristisch für bestimmte Lagerstätten und da können wir genau sehen wo kommt dieses Rohmaterial her jetzt gehen wir mal wieder auf die Folie das Ganze ist hier mal diskriminiert worden für verschiedene Regionen wir sehen hier Armenien Sardinien Melos Jali das ist tatsächlich auch diese Lagerstätte hier auf der Insel Melos und dann haben wir hier C1 C2 und C3 und das sind hier genau diese Lagerstätten die eine liegt auf ungarischer Seite die andere in der Slowakei und eine dritte in der transkarpathischen Ukraine und das sind genau diese C1 C2 und C3 und jetzt ist der Witz dass ja dieses vulkanische Glas findet sich hier überall wo diese roten Spots sind auf dem europäischen Kontinent und hochspannend ja also Sie sehen jetzt wie weit es verbreitet sich hier direkt bis in den Ostseeraum und dann aber hier auch runter bis in den Balkan und das Spannende ist der Obsidian taucht nun auf hier nicht erst ab der Zeit wo das Neolithikum diese Region erreicht hat sondern schauen wir mal hier bis zum 8.2 Ereignis haben wir ja hier diese ja zirkum ägäische Zone hier die ich Ihnen vorgestellt hatte 6200 vor Christus und dann 5500 vor Christus die CEB AEB die agroökologische Barriere und die Lagerstätten liegen nördlich davon und jetzt gucken wir mal wo diese Artefakte auftauchen hier in welcher Zeit hier zwei Beispiele mal aus Bulgarien einmal Juliunica den Fundplatz den wir kennengelernt hatten hatten Sie gehört 6030 modelliert BC hier mal zwei Artefakte aus Obsidian und der kommt hier aus dem Karpatenbecken ja in einer Zeit weit bevor das Neolithikum hier diese Region erreicht hat also hier findet Austausch statt zwischen diesen Regionen und dann hier Bukovapusta 4 haben wir eine ganze Reihe von Artefakten das ist ja auch nicht mehr so weit weg von der Lagerstätte im Vergleich ebenfalls wir sehen es hier 5700 Kalibrid BC also 200 Jahre bevor das Neolithikum hier weiter nördlich ausgreift auch Funde von Obsidian die hier genutzt wurden für diese Zone also da ist Kommunikation da in diesen Regionen die uns hier angezeigt wird die Spitze des Eisberges wie gesagt über dieses Obsidian der Obsidian ist so attraktiv dass diese Gruppen dann tatsächlich sich auch hier entlang dieser Flüsse hier vorarbeiten wir sehen hier mal Obsidian von der Bukovapusta 4 andere Rohmaterialien noch und dann tatsächlich nicht der Neolithisierungsprozess hier mal mit Daten angezeigt 6000 bis 5850 5650 und dann 5470 arbeiten diese Gruppen sich hier nach Norden vor weil es ist ganz ganz wichtig dass die hier diese Lagerstätten kontrollieren im nördlichen Karpatenbogen so wird das hier modelliert von den ungarischen Kollegen dass das sozusagen der Pullfaktor war für die Ausbreitung des Neolithikums entlang dieser Obsidian-Vorkommen zumindest für diesen östlichen Bereich und jetzt wurde auch klar da könnten natürlich auch diese medisolitischen Gruppen großen Anteil dann gehabt haben weil die haben ja diese andersartige Ökonomie ja vor allem mit diesen aquatischen Ressourcen viel jagen sammeln Fischfang und der Obsidian ja also für mich sind es so zwei wichtige Stränge die sich hier immer wieder nachvollziehen lassen und obwohl wir jetzt noch keine genetischen Daten haben sieht es doch so aus als wenn hier im östlichen Karpatenbecken die Neutisierung ein bisschen anders aussieht als das was wir gleich sehen werden dann im Westen schauen wir hier mal uns nochmal was an hier was hochspannend ist hier mal für Mitteleuropa süddeutschen Raum Thomas Richter hat ja eine Dissertation veröffentlicht zum Mesolithikum in Süddeutschland und der Berechnung Bevölkerungsdichten hier für diesen Raum hier sehen es hier Deutschland hier ist der Bodensee Österreich hier ist Tschechien und für diese ganze Region in ganz Süddeutschland rechnet der jetzt die Bevölkerungsdichte aus und kommt hier auf einen Minimalwert von 0,002 Einwohner pro Quadratkilometer ja der Mittelwert liegt bei 0,0023 und der Maximalwert bei 0,0026 ja und jetzt kommt was bedeutet das eigentlich wenn man sich mal klar macht die heutige Bevölkerungsdichte in Grönland ja Grönland ist natürlich nur an seinen Rändern besiedelbar ist zehnfach höher zehnfach höher als hier in Mitteleuropa also sprich wenn da neue neolithische Bevölkerung reinkommt trifft die so gut auf niemanden zumal die sind ja wirklich auch darauf angewiesen dass die diese freien Flächen haben für ihren Landbau und so weiter und die Mesolithiker sind da aber man sieht sie fast nicht ja weil die so eine geringe Bevölkerungsdichte haben fragen Sie mich nicht wie das berechnet wurde er ist sehr sehr schlau und begründet das sehr intensiv geht da aus von archäologischen Fundplätzen aber stellt da noch andere Rechnungen an wir können uns glaube ich auf diese Werte ganz gut verlassen ja jetzt schauen wir mal hier in unsere Region westlich von Tübingen das hier ist der Schwerzlocher Hof Sie können sich hoffentlich orientieren hier hinten liegen so die letzten Ausläufer hier von Tübingen hier hinten ist dann Unterjesing und das ist nun hier dieses Ammertal hier fließt die Ammer durch uns von Herrenberg entgegenkommend hier in Richtung Tübingen hier nun in diesem in dieser Senke hat eine Arbeitsgruppe des Geografischen Instituts unter Leitung von Frau Professor Annette Junginger hier Bohrungen angestellt im Rahmen dieses Campo-Projektes hier also CRC Campos Sie sehen es hier 22 Bohrungen von denen nun hier X39 und UJ15 diese beiden blau markierten bei Pfeffingen und dann einmal südlich von Unterjesing ausgewertet wurden durch Schädel Heidgen unterstützt durch eine große Arbeitsgruppe vor allem Elena Marinova nicht unsere Paläobotanikerin war daran beteiligt hier sehen wir nun diese zwei Bohrkerne und interessanterweise nun passen die hier in diese Zeit des Ende des Pleistocenen bis zum Beginn des Neolithikums und deswegen sind die so wahnsinnig wichtig weil die uns helfen diesen Naturraum hier zu rekonstruieren Schauen wir da kurz rein wir erfassen hier frühes Mesolithikum Beuronien Mittelmesolithikum Spätmesolithikum finales Mesolithikum und dann fängt nun hier unsere LBK an stelle ich Ihnen in einer der nächsten Stunden vorher die Bandkeramik im Ammertal und nun enden unsere Daten kurz vorher aber sie sind trotzdem wichtig Sie sehen hier die C14 Daten weil wir darüber im Prinzip die Landschaft rekonstruiert kriegen und die Nutzung bevor das Neolithikum hier in diese Region kommt was haben wir da hochinteressant Sie sehen mal hier die BP Skala müssen dann immer 1950 Jahre abziehen oder sagen wir mal grob 2000 Jahre und da sehen wir nun hier Microcharcoals das sind Holzkohlen da hat es gebrannt und wie oft schlägt der Blitz ein dass man da irgendwie so Brandereignisse hat nee nee es scheint so zu sein dass hier der Mensch tatsächlich eingreift das hier sind die Stufen von Rottenburg Sieben Linden und da sehen wir genau hier wo in Rottenburg Sieben Linden Besiedlung nachgewiesen ist haben wir hier auch diese Peaks Holzkohle nicht Brandereignisse die sich hier abzeichnen und menschliche Aktivität widerspiegeln noch im Laufe des Mesolithikums und dann sehen wir hier etwas Corillus avellana das ist die Haselnuss ja und die Haselnuss schlägt hier aus genau an diesen Zeiten wo wir diese großen Holzkohlen haben hier hier sind die Holzkohlen wieder nicht da geht auch die Haselnuss hoch und die übrigen Baumpollen hier Arbaupollen gehen zurück ja und das ist nun wirklich menschlicher Eingriff das sind nun nicht alles nur die Eichhörnchen die da irgendwie Haselnüsse irgendwie vergraben und die vermehren sondern der Mensch brennt hier den Wald ab und dann diese Pflanzen die er besonders gut nutzen kann sind nun privilegierte also beispielsweise diese Haselsträucher ja weil die liefern gut Proteine und Fett und das ist nun wirklich bereits vor der Neolithisierung durch diese sehr sehr dünne Mesolithische Besiedlung auf jeden Fall so Eingriffe in die Natur und das ist eine Prägung der Landschaft durch menschliches Handeln komme auf meine Schlussfolie das sehen wir nun hier die Haselnussblüte ja der Mensch brennt nun hier immer wieder diesen Wald nieder Haselnüsse werden dann halt so zufällig vermehrt ja dadurch entwickelt sich hier diese Haselnussvegetation und das Ganze hat Bruce Lee Smith wunderbar mal dargestellt der nennt das hier Low Level Food Production also im Neolithikum haben wir ja dieses Produzieren der Lebensweise und er sagt jetzt ja aber bereits vor der Ankunft der Ackerbauern und Viehzüchter haben wir Elemente davon ja die aber auf niedrigem Niveau funktionieren vielleicht nochmal einen letzten Blick hier auf die Folie rauf hier sehen wir es hier decreasing Dependence on wild plant of food das geht so nach und nach zurück und dann kommt hier Plant Domestication also die wächst bis wir am Ende so Kulturpflanzen haben und hier in diesem Übergangsbereich da befinden wir uns nun und bereits vor Ankunft der frühen Bauern aus Anatolien also dann im Balkanraum und Karpatenbecken passiert hier nun etwas dass der Mensch in diesen Naturraum eingreift und so zaghaft anfängt da irgendwas zu machen Sie sehen wenn wir dann in der nächsten Stunde sehen werden wie sich das Neolithikum ausbreitet die Menschen sind fast nicht sichtbar die hier leben sie leben so tippieartig in diesen Zelten sie haben diese geometrischen Mikroliten sie haben sehr weitgespannte Netzwerke die wissen wahrscheinlich was da so passiert im Adria-Raum und so die wissen auch dass da irgendwie neue Leute kommen so mit komischen Hausrat Gegenständen mit neuartigen Tieren ja man weiß davon man fängt ja auch an irgendwelche Dinge zu machen mit der Natur die man vielleicht auch schon Jahrtausende vorher getan hat nicht und das ist so ein bisschen diese Ausgangssituation in der nun hier dieser Neolithisierungsprozess stattfindet und wie der sich vollzieht erzähle ich Ihnen in der nächsten Stunde bis dahin eine gute Zeit so ein bisschen